Hallöchen hier ist wieder euer Tag und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft und wir machen heute wieder unseren Minecraft Kalender auf, das heißt einmal kurz in den Store reingehen und schon können wir das nächste Türchen aufmachen. Heute erhalten wir Skins von der nordischen Mythologie, gibt es vier Skins gratis, einfach mal abzugreifen in unseren Kalender, das sollte man sich nicht hingehen lassen, denn ich sage mal Skins sind schon immer was Tolles und hier haben wir natürlich wieder eine schöne Auswahl mit, würde ich mal sagen, schön optimierten Wikinger Skins, die kann man sich ruhig gönnen. Für mich eine 5 Stelle Bewertung, weil ich sage mal kostenlose Skins, sollte man sich nicht hingehen lassen und das ist immer was Tolles, besonders jetzt hier im Kalender und wir haben ja noch einige Türchen vor uns und können nur abwarten, was sich da drüber noch alles verbirgt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag, das war es dann erstmal wieder, wir sehen uns dann zum nächsten Türchen wieder und dann sage ich aber mal haut's rein und tschüss. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.